rauhlein da halt schön außen anfahren und dann rein in die oiga guck vielleicht dass du eher außen fährst als innen weil innen ist ekelhaft wenn du in das kies fährst und dann so spitz in die kurve rein so vielleicht würde ich so runter fliegen ein bisschen speed wäre nicht schlecht gewesen so ist es natürlich ekelhaft ach brudi ich hasse es wenn man kein speed hat und dann da so rüber rüberkullern muss da war ich noch nicht da war ich noch nicht rein an drop ja easy scheiße du kommst nicht rum ne musst du oben versetzen so jetzt ok das ist zu weit das ist zu weit wow 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 jo hat er gekickt hat er gekickt auf den arsch ne das gar nicht aber der scheppert schon ordentlich na gucken wir mal fast ein bisschen nosy aber ok abfahrt abfahrt ja oh shit sorry kein problem kein problem da kommen wir zum holzanbieger und dann nach links fahr los fahr dir einfach nur hinterher der ist deutlich steiler wie ich den erwartet hatte Läuft Gopro? Ja, ich hab Oh, was kommt hier? Läuft Gopro? Ja, ich hab Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Da sind wir auf Warten, oder? Das gibt's doch nicht Wie geht's so ab? Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Oh, was ist denn?